Ah, oh Gott. Ähm, Fackel? Genau, einmal da nachschauen. Okay, und mal so ganz liebevoll die Häschen ermördern und hier aufhängen. Das essen wir jetzt auf. Können wir mit dem Strom eigentlich was machen, indem wir hier so sammeln? Würde mich mal so ein bisschen interessieren. Okay, ich finde es auch gut, dass die Samen immer andere Sachen hervorbringen, ne? Okay, ähm... Essen kocht. Hm. Was haben wir nach hier so Schönes drin? Gar nichts im Moment. Dann nehmen wir das mal da rein. Das Beef Jerky nehmen wir jetzt in die Hand, denn wenn wir da fertig sind... ...kommt das da gleich mit dazu. Ne, das muss da wahrscheinlich rein, ne? Jo. Oh. Hm. The Power ist mal in hier, ich weiß. Äh, und einen davon. Ach so, geht ja nicht. Wir sind ja nicht bei Minecraft. So. So. Okay, wir haben jetzt einen wertvollen Tag verloren. Haben wir zwei Hasen? Nein, wir haben nur einen Hasen. Meatballs sind fertig. Gute Sache. Würdest du dann hier? Danke. Und der Spieß? Kieks. Oh. Da war wer fertig. So. Woodwall. Stonewall. Grab a touch. Birdcase. Wie sieht's denn hiermit aus? Piggyback. Carries a lot, but slows you down. Das ist blöd. Don't slowen ist blöd. Honeypoo. Strawroll. Furrow. Tent. Umbrella. Eine Angel. Eine Angel wäre eigentlich nicht schlecht. Haben wir echt nur ein Spinnennetz? Was ist so mit den anderen passiert? Chester, du hast doch bestimmt noch Spinnennetze, oder? Eins. Wow. Ähm. Ähm. Hm. Science. Rainometer, Gunpowder und den Glitzableiter, schön. Icebox, Improved Farm, Beebox. Stonewall, Pickhaus. Ein Pickhaus könnten wir uns eigentlich bauen. Shelters One Pick. Ja, ich bin gerade ein bisschen überfordert, was ich jetzt machen soll. Sewing Kit, fix up the great clothing and... Aha. Ja, ich brauche noch ein Häschen. So. So, jetzt wo der Winter kommt, können wir eigentlich nochmal ein, zwei Fallen mehr bauen. Denn ein paar sind ja bald kaputt. So, die hier zum Beispiel, die ist bald kaputt. So, Clothing. Da. Den werden wir jetzt noch nicht aufsetzen, aber den brauchen wir bald. Die Häschen setzen wir hier hinein. Das können wir ja eigentlich nochmal düngen. Oh. Cool. Die machen das also so, dass man gleich von Anfang an... Ah ja. Also Schweinedung macht ganz viel. Heile. Oh, 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 oh. Wir haben gar keine... Oh, wir haben kein Brennholz. Organisiere ich mal eben. Und ich hoffe, dass da kein Baumtyp rauskommt. Okay. Okay. So. Chop, chop, chop. Da ist wieder eine Spur. Aber um sowas kümmern wir uns, wenn es uns besser geht. Gott, bin ich gerade erschrocken. Ich habe gedacht, jetzt kommt er. Jetzt kommt er mich holen. Oh. Bug using. Obwohl bug using wäre es, wenn ich wüsste, dass das passiert. Und ich habe jetzt statt der Schaufel, äh, statt der Axt meine Schaufel beschädigt. Also ich weiß nicht, ob ich da was gewonnen habe. So. Okay. Meins. Jetzt habe ich wieder irre viel. Ähm. Jetzt müsste ich mir langsam mit dem Fleisch einen Vorrat anschaffen. Weil so ab Tag 20, irgendwann fängt jetzt der Winter an. Und da kann ich dann meine Farm nicht mehr benutzen. Ja, ja. Ist ja gut. Und im Winter kann man auch noch ganz wenig machen, ne? So, wo ist mein Holz? Hier ist mein Holz. Okay, das ist meins. Ich kann natürlich jetzt nochmal... Mal her, Chester. Oh, das kann hier rein. So. Survival. Da. Fehlt mir zweimal Asche für. Wir haben zweimal Asche. Sachen gibt's. So, das können wir jetzt gebrauchen. No. 72. Uns geht's schon deutlich besser. Ähm. Das. Und durch. Und dann schmeißen wir noch einmal Stöcker hinein. Kochen das. Und währenddessen essen wir die hier. Oh, da ist ja noch Krams. Sorry. Sorry, Vögelchen. Okay. Aber das hat unserem Verstand nicht sonderlich gut getan. Na ja, Ahoi-Wall können wir erfinden. So. War jetzt zwar sehr teuer. Aber was soll's. Die wollte ich nicht aufheben. Passt genau. Jetzt können die beiden da rein. Und das hier aufgehangen werden. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Oh, was ist das? Dragon Pie. Oh, wie cool. Ah, seht ihr? Es ist Winter. Mehr oder weniger. So, den nehmen wir mit. Und die setzen wir auf. Und den packen wir weg. Hatte eine so schöne Mütze. In meinem letzten Durchlauf. Eine so schöne Mütze. So, aber das bläuliche Licht zeigt uns, es wird Winter. So. Dann machen wir daraus jetzt noch mal schnell. Also, ja. Die müssen jetzt hoffentlich bald geerntet werden. Und ich hoffe, die anderen beiden werden heute noch reif. Ähm. Oh. Nein, nein, nein. Ah. Wen haben wir denn da? Den kleinen Mümmelmann. Den haben wir gefangen. Und die sind jetzt auch schon weiß. Wegen Schnee und so, ihr wisst schon. Hier ist alles Chop, 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 Chop. Kein Attack. No. Oh. Habe ich die wohl gerade kaputt gemacht? Tut mir leid. Aber hey, das sieht doch ganz gut aus hier. Unser Heatstone sieht gerade aus wie ein goldenes Ei. Und ich hoffe sehr, dass wir auch irgendwann noch mal auf Tallbirds stoßen. Hm. Ja, hier ist ja noch ganz viel unerforscht. Da werden doch irgendwo Tallbirds sein. Ich möchte ein Tallbird-Ei ausbrüten. Das wäre so schön. Ja. Kinders, ihr bleibt ruhig. Ich brauche Holz. Und jetzt habe ich mein Glas leer getrunken. Das heißt, ich kann nicht mehr lange aufnehmen. Dabei habe ich gerade so viel Spaß. Das rächt sich. Wenn mein kleines Bäumchen fällt, rächt sich das irgendwann. Monsieur wird bestimmt bald kalt. Aber noch ist nicht richtig Winter, glaube ich. Obwohl alle Anzeichen dafür sprechen. Aber es ist, glaube ich, gerade so ein bisschen der Weg dahin. So. Buddeln wir aus. Auch den kleinen. Jo. Oh. Die ist kaputt gegangen. Na toll. Hast du ja schön hingekriegt. Hast du ja schön hingekriegt. So. Jetzt haben wir hier 13. Den nimmst du noch mit. Bäume, die wir pflanzen können. Das heißt, wir können einen eigenen Wald pflanzen. Oh, es regnet. Sehr schön. Und Chester, du musst hier so stehen und nichts machen. Ja. Finde ich gut. So. Ah, Bunny gefangen. Oh, wir haben gar nicht so viel Platz. Für Benny Bunny. Kümmern wir uns gleich drum. Einmal bitte Feuer machen. Das hier reinschmeißen. Wird es jetzt kalt? Halt. Nein, 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 nein. Gott, das will nicht. Solltest du es nicht kaputt machen. So. Irgendeine Falle ging doch hier bald kaputt. Oder nicht? So. Ja, ja. Nicht meckern. Lassen Sie mich durch. Ich bin Arzt. Ähm. Ja, doch verrichtig. Ich habe gerade gedacht, ich hätte ihm gesagt, er soll es kaputt machen. Also ausgraben. Das hätte ich nicht so gut gefunden, weil dann müsste ich es düngen, wenn ich es wieder einpflanze. Halt. Sharon, sei nicht immer so ungeduldig. Oh. Oh, unser Heatstone glüht. Er glüht geradezu. Äh. Schmeißen wir mal die Häschen da erstmal in die Kiste. Ist natürlich ein bisschen beschissene, weil so kann man die Hasen bei sich behalten, ohne dass sie sozusagen, ohne dass ihr Fleisch verdirbt. So. Oh. La 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 la. Oh. Wir haben eigentlich einen Blitzableiter, aber ich glaube, ich brauche noch einen zweiten. dass ich auch ja sicher sein kann, dass nichts passiert. So, jetzt gehen wir mal zurück. Ich meine, wir haben ja so viel Gold. So ist nicht. Oh. Ist noch reif geworden. Sehr schön. Du und du und du und meinetwegen noch einen Stock. So. Und kochen. So. 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 Na wird, wenn es regnet. Also es wäre logisch. Oh, jetzt schneit es. Toll. Das heißt, jetzt wird es kalt. Aber es gewittert vorerst auch nicht. Das ist schon mal eine gute Sache. So. Wir brauchen noch dreimal Fleisch. Eins. Zwei. Drei. So. Und du kommst da erstmal rein. So. Oh, wir verlieren den Verstand. Ich weiß übrigens, dass man den Heatstone da nicht direkt daneben legen muss. Man kann auch einfach daneben stehen. Das heizt sich auch. So. Ich hätte aber trotzdem gerne mein Gold. Und was brauche ich noch für den Blitzableiter? Gar nichts mehr. Okay. Dann warte ich noch. Dann stelle ich den hier hinten hin. Genau. Genau. Dann kommt der hier hin. Und das restliche Gold kommt wieder in die Kiste. So. Ähm. Ja. Oh, das Beef ist fad. Äh, Beef. Das ist doch das Beef Jerky. Ist das Beef Jerky? Nee, Small Jerky. Entschuldigung. Die hängen wir auch gleich mal auf. Und nehmen noch eins mit. Eins, zwei, drei. Und ein Stick. Und zurück in die Kiste mit euch. So. Die sind im Winterschlaf. Die kann ich jetzt eh nicht mehr ernten. Das Gras nehme ich einfach mal mit, obwohl ich es erstmal nicht brauche. Oh, da ist wieder jemand in die Falle gegangen. Und da ist noch jemand in die Falle gegangen. Wir waren live dabei. So. Ja, es muss halt leider sein, ne? Ihr müsst mich versorgen, sonst verhungere ich. Das ist der Kreislauf des Lebens, Kinder. Oh. Es scheint wieder etwas wärmer geworden zu sein. Oder noch nicht so richtig Winter. So. Die packen wir da mal rein. Ja. Die kochen wir mal. La, 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 la. Was gibt's denn noch so für schöne Sachen? Ich kann mal bei den Schweinen vorbeigucken. Ich hab ja genug Kram, um mir notfalls wieder ein Feuer zu machen, damit mir wärmen wird. Ach, ich vergesse immer, dass ich hier erst runterlaufen muss. Ach, Mann. Ja, viel länger spiele ich jetzt erstmal heute auch nicht mehr, weil, höh, höh, ich hab jetzt fast zweieinhalb Stunden am Stück aufgenommen. Ich kann halt nichts dafür, es macht halt so einen roten Spaß. Hi, na? Mit dir versuch ich's nicht nochmal. Ah, ich hasse diese Pflanzen. Die klauen einem auch Sachen. Chester, komm. Mit denen geben wir uns nicht ab. Oh, ich verliere den Verstand. Warum das denn? Zumindest so ein bisschen. Hallo, ist jemand da?